Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Name ist Schmitz Mats Nikoli, ich bin Machtleiter bei Migros R.A.R. Wir sind im Breiterein zu Hause. Meine Aufgabe als Machtleiter ist, einen Mitarbeiter zu führen, zu entwickeln und sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Der Prozess vor der Einführung von ESL bei unserer Filiale war so, dass wir bei Preisänderungen immer ins Lager hinkern müssen, die neue Etikette ausdrücken und die Führer in den Laden wieder bringen. Ansonsten ändern wir unsere Aktionen. Absonsten haben wir neue Aktionen. Da mussten wir die alten Aktionen hinnehmen, das neue Aktionplakate hervorbringen und das Regal anmachen. Bei der Frucht- und Gemüseabteilung haben wir tägliche Preisänderungen gehabt. Da mussten wir den ganzen Prozess hin und her tätigen. Für den Mitarbeiter ist es vorher nicht aufgefallen, was man Aufwand hatte und jetzt mit ESL fällt es viel einfacher. Dank ESL können wir pro Woche bis zu 10 Stunden in andere Geschäftsbereiche investieren und auch in unsere Kunden. Der Prozess hat sich insofern verändert, dass wir manuelle Arbeiten nicht machen müssen, dass alles automatisch funktioniert, wenn es Preisänderungen gibt, dass es zentral über einen Server übersteuert wird und dann ändern die Preise am Regal automatisch. Ich persönlich finde ESL eine super Sache. Es macht uns die Arbeit viel einfacher. Es sieht optisch sehr gut aus. Unsere Mitarbeiter gehen nach Hause. Ich erzähle unseren Freunden, Bekannten, dass wir ein neues System unserer Filiale haben, das die Zeitgeist trifft. Und das motiviert unsere Mitarbeiter, das motiviert mich. Und ich sage, unsere Unternehmung ist einfach die Motivation zu an und zu.